Catania Catania ist eine Stadt an der Ostküste der italienischen Insel Sizilien. Hintergrund Die Stadt Catania in einem fruchtbaren Tal am Südhang des Ätna und mit einem bedeutenden Hafen gelegen, profitierte immer von den fruchtbaren Vulkanböden des nahen Ätna, hatte aber über die Jahrhunderte immer wieder unter dessen Ausbrüchen und Erdbeben Aktivität zu leiden und wäre mehrfach beinahe untergegangen. Geschichte im Bereich einer säkulischen Ansiedlung wurde 729 v. Chr. von griechischen Kolonisten aus Halkis die Stadt Catania gegründet, im Verlauf der folgenden Jahrhunderte stand die Stadt immer wieder unter dem Einfluss der Tyrannen von Syrakus. Im Jahre 263 kam die Stadt unter römischer Herrschaft, im 6. Jahrhundert unter die der Ostgoten unter Theodorich. Nach einer Phase unter byzantinischer Herrschaft waren im 9. Jahrhundert die Araber siegreich und herrschten bis zum Einmarsch der Normanen unter Rougiei im Jahre 1071. Unter der Herrschaft von Friedrich II. von Hohenstaufen wurde hier das Castello Orsino als Sitz erbaut. Es folgten die Herrschaft der Angiovina, welche nach dem Konflikt des Sizilianischen Vesper end das Haus Aragon, unter Martin I. von Aragon wurde Catania zur Hauptstadt des Königreichs Trinacria, und später die Bourbonen überging. Die Katastrophen des Etna-Ausbruchs von 1669 und des schweren Erdbebens im Wald die Noto von 1693 führten zu ausgedehnten Zerstörungen in der Stadt, gefolgt vom Wiederaufbau im Stil des Sizilianischen Barocks mit damals modernster städtebaulicher Architektur mit weiten Straßen und Plätzen, um der Bevölkerung im Erdbebenfall Zuflucht zu geben. Die Stadt wurde immer wieder modernisiert und die wirtschaftlichen Schwerpunkte änderten sich, zu erheblichen Zerstörungen kam es nochmals 1943 nach der Landung der Alliierten auf Sizilien. Nach heftiger Gegenwehr am Fluss Simedu ging Catania am 5. August 1943 in die Hände der Alliierten über. Die Nachkriegsjahre waren geprägt von wirtschaftlichem und industriellem Aufschwung mit einer enormen Bautätigkeit, im Großraum Catania lebt heute über eine Million Menschen. Mit dem Flugzeug Catania verfügt mit dem über einen eigenen internationalen Flughafen. Aufgrund vulkanischer Aktivität des Ätna musste er schon verschiedentlich seinen Betrieb einstellen. Nächstgelegener Ausweich-Flughafen ist in Commiso. Mit der Bahn der Statione Centrale FS, bietet Eisenbahnverbindungen über die elektrifizierte Linie Messina, Catania, Syrakusa in Nord-Südrichtung, die Linie Catania, Mota-Santa-Anastasia, Enna, Keltan-Isita stellt die Verbindung Richtung Palermo sicher, die Linie Kelt-Ajivon, Gela die Verbindung in den Süden. Die Schmalspurbahn-Ferrovia-Zirkometna hat vor allem touristische Bedeutung. Mit dem Bus nach Catania bestehen Busverbindungen und andere durch die Ast-Busstation der Ast an der Statione Centrale, der Ätna-Transporti-Busstation Ätna-Transporti, der Sais-Autoline-Busstation Sais-Autoline-Interbus, und regionale und Fernverbindungen mit dem italienischen Festland durch Interbus. Auf der Straße die Provinzhauptstadt ist bequem auf den Autobahnen Messina, Catania, Syrakus, mautpflichtig, und aus Richtung Palermo zu erreichen. Die orientale Sikula führt parallel der mautpflichtigen Autobahn von Messina im Norden nach Catania und von dort aus weiter nach Süden bis Syrakus. Die Catanische führt über Paterno und Leonforte nach Enna, die umrundet den Ätna gegen Westen und führt über Bronte nach Randazzo. Etwas südlich führt die parallel zur Autobahn entlang des Fiume di Taino ebenfalls nach Enna. Die führt südwestlich nach Keltagievon, die über Lentini, Franco-Fonte in den Süden bis nach Ragusa. Mit dem Schiff regelmäßige Fährverbindungen bestehen zwischen Catania und Neapel sowie Malta. Das ist am Rand der Altstadt. Mobilität neben einem städtischen Busnetz existiert seit 1999 ein Stadtbahnbetrieb, die Metropolitana di Catania, welche von der Ferrovia Circo Medna betrieben wird, verkehrt auf einer Strecke von 3,8 Kilometern zwischen dem Hafen und der Station Borgo. Straßen und Plätze Haupteinkaufs- und Flanierstrassen sind die Via Etnia, welche vom historischen Zentrum der Stadt an der Piazza Duomo mit der berühmten Fontana del Elefante im Süden der Stadt in Hafennähe vorbei an der Piazza Università nach Norden führt und am Tondo Gioni mit einem Park endet. Quer verläuft die Via Vittorio Emanuele III. Etwas westlich parallel zur Via Etnia verläuft die Via Cruciferi von der Piazza Marzini gesäumt von zahlreichen Barockbauten nach Norden bis zum Amphitheater und dem Park Villa Bellini. Catania hat einen der interessantesten Märkte Siziliens. Obwohl als Fischmarkt bezeichnet, findet sich dort darüber hinaus auch ein großes Angebot an Obst, Gemüse und Fleisch. Der Markt zieht sich südlich der Piazza del Duomo durch die Straßen bis unter die Bahnbrücke. Kirchen und sakrale Bauten Die Duomo Respe Die Kathedral Santa Agatha wurde unter dem Normanenherrscher Rougie in den Jahren 1078-94 auf den Ruinen der römischen Therme Achili erbaut. Der Chorraum mit den drei Absieden ist aus normanischer Zeit erhalten. Nach schweren Erdbebenbedingten Zerstörungen 1193 und letztmals 1693 wurde die Kirche wiederholt neu aufgebaut. Der Neuaufbau nach dem Erdbeben im Valdinotto erfolgte unter den Architekten Girolamo Palesotto und John Battista Faccarini im Barockstil. Die dreireiche Fassade wurde 1734-61 wieder aufgerichtet. Rechterhand findet sich das Grabmal des Catan-Esser-Komponisten Vincenzo Bellini. Im Chorbereich liegt rechts neben dem Chorraum die Cappella Santa Agatha, eine Büste und ein Reliqua der Heiligen Agatha werden in einem unterirdischen Raum, der Kama-Eda verwahrt. Rechterhand liegt die Cappella della Madonna, zu der ein Marmorportal, geschaffen 1545 von G.B. Mazzolo, führt. Links des Hauptaltars findet sich die Sacramenz-Capella und die Cappella del Crucifisso mit Grabmalen verschiedener Fürsten aus dem Hause Aragon. Die Chiesa della Badia di Santa Agatha wurden 1963 auf den Ruinen einer Vorgängerkirche von 1620 im Barockstil von Giovanni Battista Faccarini neu errichtet. Die Chiesa di San Placido an der Piazza San Placido wurde im Barockstil bis 1723 erbaut. Wegen statischer Mängel musste die Kirchen 1976-79 renoviert werden. Die Basilica Maria Santissima delle Lemosina oder Basilica Collegiata als eines der schönsten Beispiele sizilianischer Barock-Architektur wurde von bereits kurz nach dem Erdbeben unter Leitung von Angelo Italia wieder aufgebaut. Die konvexe Fassade wurde von Stefano Itta entworfen. Die Chiesa di Minoriti oder Chiesa di San Michele Arc Angelo wurde ebenfalls im sizilianischen Barock von Fragnesco Battaglia erbaut und liegt an der Via Etnia. Die Chiesa di San Agatha a la Fornas oder Chiesa di San Piaggio wurde von Antonino Battaglia im 18. Jahrhundert im klassisistischen Stil erbaut. Sie liegt an der Piazza Stesicoro. Die Chiesa di San Domenico an der gleichnamigen Piazza wurden nach dem Erdbeben von 1693 zusammen mit dem danebenliegenden Dominikaner-Konvent erbaut. Im Innern ist am ersten Seitenalter links eine Statue von Gagini erwähnenswert. Die Chiesa di San Agatha la Vettere mit Wurzeln im dritten Jahrhundert diente bis 1094 als Kathedrale der Stadt. Die einschiffige Kirche wurde nach dem Erdbeben im Barockstil erneuert. In der Kirche wird ein Cereo aufbewahrt. Das Standbild wird im Rahmen von Prozessionen zu Ehren der Stadtpatronin San Agatha durch die Stadt getragen. Die Chiesa St. Agatha al-Kazere gleich dahinter soll an der Stelle des Römergefängnisses stehen, in dem die Märtyrerin gefangen gehalten wurde. Ein Teil der mittelalterlichen Bausubstanz, Ua das Portal aus dem 13. J.D.T., ist erhalten. Die Chiesa di San Giuliano an der Via Crophizari mit einer konvex geschwungenen Barockfassade hat im Innern einen achteckigen Grundriss. Die Kuppel wird von Z. Burgen und Palazzi Das Castello Orsino aus der Stauferzeit wurde 1239-50 unter Friedrich II. erbaut. Die Burg blieb Königssitz der Angiovina und des Hauses Aragon. 1669 wurde es nach dem heftigen Etna-Ausbruch von Lava erreicht und verlor nach Schäden durch das Erdbeben von 1693 seine militärische Bedeutung. Nach einer Sanierung 1934 ist in dem Gebäude heute das Museo Civico untergebracht. An der Nordseite der Piazza do Omo liegt der Palazzo Elefanti, das auch Palazzo Senado genannte Gebäude würde nach dem Erdbeben von 1693 im Barockstil erbaut und dient als Rathaus. Im Jahre 1944 kam es im Rahmen von Tumulten bei der Übergabe der Regierungsgewalt an die Alliierten zur Brandstiftung, der auch das Stadtarchiv mit wertvollen Schriften zur Stadtgeschichte von Catania zum Opfer fiel. An der Südseite der Piazza do Omo steht der Palazzo del Seminario de Ichiariki, der ebenfalls nach 1693 errichtet wurde und das Priesterseminar beherbergte. Der Bau aus dunklem Lavastein und hellem Stein aus Ispica wurde von Alonso di Banedetto projektiert. An den Palazzo schließt sich das Stattoporta Uceda an, im Osten geht der Komplex direkt in die Gebäude um die Catedral Santa Gata über. Im ebenfalls nach 1693 im Barockstil neu aufgebauten Palazzo dell'Aivacita ist das Rektorat der Universität von Catania untergebracht. Auf der Ostseite der Piazza dell'Universita liegt der Palazzo San Giuliano, der 1738 nach Plänen von Giovanni Battista Faccarini erbaut wurde. Der Palazzo Gravina Crollas aus dem 18. Jahrhundert liegt am Corso, im Gebäude sind das Museo Civico Berliniano, mit Exponaten zur Geschichte von Catania und dem aus der Stadt stammenden Komponisten Berlini, und das Museo Emilio Greco, mit Werken des aus Catania stammenden Zeichners, untergebracht. Der Palazzo Biscari wurde im frühen 17. Jahrhundert auf den noch erhaltenen Resten der Stadtmauer von Karl V. erbaut. Unter anderem wurde der Palazzo von J.W. Goethe im Rahmen seiner Sizilienreise besucht. Der Palazzo del Toscano wurde im 17. schrägstrich 18. Jahrhundert unter dem Architekten Gian Battista Faccarini für die Familie Tedeschi Bonadis erbaut und ging in den Familienbesitz der Familie Paterno über, zu deren Sitz er wurde. Brunnen und Denkmäller Die Fontana dell'Elefantea als eines der Wahrzeichen von Catania wurden nach dem Erdbeben von 1693 von Giovanni Battista Faccarini auf der Mitte der Piazza do Omo errichtet. Das Fundament mit dem Brunnenbecken bestehen aus Marmor, zwei Skulpturen symbolisieren die beiden Flüsse Simeto und Amenano, welche bei Catania ins Meer münden. Darauf ist der Elefant, der deutlich älter ist, zumindest wurde er vom Geografen Idrisi bei seiner Beschreibung der Stadt aus dem 12. Jahrhundert schon beschrieben, die Skulptur aus schwarzem Lavastein musste nach Beschädigungen im Erdbeben repariert werden. Auf seinem Rücken trägt der Elefant einen ägyptischen Obelisken, welcher möglicherweise von Assuan stammt und möglicherweise als Wendesäule im römischen Zirkus gedient hatte. Ebenfalls an der Piazza do Omo befindet sich die Fontana dell'Amenano, ein Jüngling symbolisiert den Fluss Amenano, aus einem Füllhorn ergießt sich das Wasser in ein Becken und in das unter dem Brunnen fließende Flüsschen. Der Brunnen aus Carrara, Marmor stammt von Tito Angelini. Bauwerke aus der Antike Aus der Zeit der griechischen Herrschaft finden sich fast keine Spuren mehr in der Stadt. Dagegen stammen aus römischer Zeit. Ganz in der Nähe findet sich das Halbrunde aus dem 3. Jahrhundert, das für Musik- und Tanzaufführungen genutzt wurde. Eintritt gemeinsam mit dem Teatro Romano. Die Therme dell'Inere zu liegen etwas westlich der Piazza dell'Elefante, von den Gebäuden aus dem 2. Jahrhundert sind noch Reste des Frigitariums und Caldariums erhalten. Die mit ältesten Mauerresten aus dem 1. Jahrhundert und Erweiterungen mit einem Frigitarium und Caldarium aus dem 2.3. Jahrhundert wurde im 12.15. Jahrhundert mit der quadratischen Chiesa Santa Maria della Rotonda überbaut. Die Therme Achilliane liegen unter der Piazza dell'Duomo, der Zugang zu den teils unter den Fundamenten des Duomo gelegenen Gewölben liegt zur Rechten der Hauptfassade. Marmortafeln mit einer die Anlage bezeichnen den Inschrift sind im Castello Orsino ausgestellt. Im Bereich der Nekropolen im Nordosten der Stadt finden sich Ruinen und Grabmäler aus hellenistischer, römischer Zeit und dem Mittelalter. Reste des von Catania finden sich im Bereich des Cortile di San Bantaleone, 17. Im Bereich der Nekropolen im Nordosten der Stadt finden sich Ruinen und Grabmäler aus hellenistischer, römischer Zeit und dem Mittelalter. Reste des von Catania finden sich im Bereich des Cortile di San Bantaleone, 17. Museen des Museo Civico mit Funden aus römischer Zeit und Exponaten aus dem Mittelalter ist seit 1934 im Untergebracht. Parks Der Giardino Berlini als größter Park der Stadt dient als grünes Naherholungsgebiet. Neben verschiedenen Skulpturen, Springbrunnen und einem Musikpavillon ist ein Weg mit Statuen berühmter Stadtbürger angelegt worden. Der botanische Gartenorto Botanico di Catania liegt etwas weiter nördlich an der Via Etnia. Er verfügt neben einem allgemeinen Teil über einen Orto Siculum et Sicilien, typischer Pflanzenwelt. Der Parko Giune am nördlichen Ende der Via Etnia wurde 1931 projektiert, die Umsetzung zog sich bis zum Ende des 20. Jahrhundert hin. Ein ausgedingtes Gebiet um den Tondo Giune und den antiken Aquaduct mit mediterraner Flora wurde mit Wegen und Brücken aus Lavastein ausgestattet. Aktivitäten Besuch der Festlichkeiten zu Ehren der Stadtpatronin Sant'Agata vom Januar bis Ende Februar Die wichtigsten Prozessionen finden jeweils am 3. bis 5. Februar statt. Es werden Candelauri von jeweils zwölf kräftigen Männern durch die Straßen der Stadt getragen. Denen, die eine Stadtbesichtigung vorziehen, wird ein Besuch der Stadt zur Zeit der Festlichkeiten wohl eher abgeraten, da sich dann halb Süd-Sizilien in Catania versammelt. Daten und Details unter der Website der Stadt Die Badestrände von Catania, La Playa, mit verschiedenen Ledi, wo Liegen und Sonnenschirme zur Vermietung stehen, liegen südlich der Stadt und des Jachthafens. Mittel Sicherheit in einer Großstadt mit einer Agglomeration von über eine Million Einwohnern ist die Kleinkriminalität ein Thema, die üblichen Sicherheitshinweise sollten beachtet werden, Portemonnaie sollte nicht halb aus der Gesäßtasche ragen, Handtaschen und Fototasche sollten im Blickfeld bleiben, keine Wertsachen offensichtlich im Fahrzeug liegen lassen, ein Einfluss des organisierten Verbrechens ist für den Touristen nicht merklich. Gesundheit Das Hospitale Vittorio Emanuele mit einer Notfallstation für Erwachsene und Kinder liegt an der Via Plebiscito 628. Die Universitätspoliklinik Attienda Ospedaliero, Universitaria Polislinico, Vittorio Emanuele liegt im Nordosten an der Via Santa Sofia 78. Das Presidio Ospedaliero Garibaldi an der Piazza Santa Maria di Gesù 5 ist über die Zufahrt in der Via Fabio Filzi erreichbar und verfügt über eine Notfallstation. Praktische Hinweise Das Hauptpostamt im sehenswerten Palazzo Posta liegt in der Nähe des Parks Villa Bellini. Ausflüge La Porta della Bellezza ist eine monumentale Verschönerung einer Betonmauer in der Satellitenvorstadt Librino, welche in Zusammenarbeit mit dem Museum für zeitgenössische Kunst von zwölf Künstlern von nationaler Bedeutung erschaffen wurde. Das Naturschutzgebiet Reserva Natural Oase del Simeto zu beiden Seiten der Mündung des Fiume Simeto ist am besten über die über eine Abzweigung am Nordufer der Brücke über den Simeto vorbei am Kriegsgefallenen Denkmal von 1943 zu erreichen. Um Süden erstreckt sich das Schutzgebiet entlang der Pineta bis zum Lago Gornaluga. Ausflüge zum Ätna, dessen Südflanke mit dem Rifugio Sapienza über Nikolosi erreicht wird.